WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Heute sind wir in Münster, morgen sind wir in Regensburg. Schöne Mabella-Boys offiziell folgen. Wastel, Despo, 4-4. Immer schön folgen, damit immer die neueste Info hat. Das neueste Update, damit ihr wisst, was abgeht. So, weil die so. Der Konstant Baba. Da hat man unseren 0815 MacGyver-Tricks, Alter. 15 Täler in Istanbul, Badjelal, 2,60 €. Top-Wechselkurs, ihr seid richtig. Dabei ist auch echt Leder, ne? Was hast du mal Kroko? Aber war heute kalt. Stimmt, Achim? Eisbärchen. Eisbärchen, ne? Und Bruder, sag mal ehrlich. Können mein Dicke-Fans. Wechsel statt die Ruhe. Wir machen die Söhne! Ich gebe euch einen sehr guten Tipp, wie ihr wirklich Hits macht. Ich gebe euch meine Kontonummer. Überweist mir erst mal 15.000 €. Das ist die Anzahlung. Der Rest geht von selber. Der Rest geht von selber. Ich bin echt illegal. Ich bin echt illegal. Ich bin echt illegal in New York. Woah. Heute geht es die Party. Wir haben keine Money, denn ein Bulletproof. Chill, 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 chill. Bulli-Schuh. Wir haben keine Money, denn ein Bulletproof. Die Straße gefällig Fuego, Schüsse mal nur für das Ego, auf Wiedersehen hasta luego, die Waffen die sind hier nicht Deko, Geschäfte mit guten und negros, für Euros und guldene Pesos, Baller mit nev Millimet los, Baller mit nev Millimet los, die Straße gefällig Fuego, Schüsse mal nur für das Ego, auf Wiedersehen hasta luego, die Waffen die sind hier nicht Deko, Geschäfte mit guten und negros. Philipp, da du leider nicht mitkommst, dass du auch morgen Schüler hast, habe ich den Bulli gekauft, grüße an seinen Sohn, hat nicht jeder so ein Papa, so wie mit den Hunni oder deine Mutti. Was soll gehen an Mannakoyim? Wallah, hier Regensburg, München, mal München, mal hier, mal da, mal dies, mal das, jede Polizei hat andere Uniformen, jeder hat Sterne, Universum, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die anregte. Die Leute sagen zu mir, die waren auf Hawat Student, Hawat Dings, die waren alle Hawat Student, aber sie waren alle Hawat Student. Auf jeden Fall, an dieser Stelle, Free Özo, Free Dijo, an alle Brüder, die im Knast gerade sind, Wallah, Inshallah, kommt die Ball aus. Dortmund natürlich, Bruder, 44, BVB, ihr wisst Bescheid. Gebürtiger Dortmunder und ich werde immer in Dortmund bleiben, auf jeden Fall. Hier auf jeden Fall, Baba Mötsch. Wessel, habe ich gleich auf der Bühne, mein Bruder Mötsch ist gerade am Rasieren, danach komme ich. Wessi! Beide, wie klein sind, zwei Welte für überzeugen W course zu heilen, aber dasust grammaß ich. WLOCK SEIZE BAIERISCHER, WELDISCHER kami in so zwei Welten. Wir kommen in die mile als ». Auch einein Omega bekommen jetzt aber, einväxte ich daavoiravirus 맞 humbled? Fah됐 sich! Mission MELDE in Was? MAKE YOU FEEL AL LEIS? Ob Sonne oder Schnee, begonnen ist es passé Ich mach heute gut Kaffee Ich bin zu Gott, ich bin zu Gott Alhamdulillah, vieles Ich mach kein Film, nicht Sport und bin nicht in Form Doch ein Zwing, kein Reicht und sie gibt sofort Und hier noch ist das Recht oder Traum Ich will Spaß, ich kann das DJW So viel Geld, so viel Angst, so viel Frauen Gar nichts muss, vieles kann alles gehen Was geht ab, ist das Recht oder Traum Ich will Spaß, ich kann das DJW So viel Geld, so viel Angst, so viel Frauen Gar nichts muss, vieles kann alles gehen Was geht ab Leute, heute sind wir live on stage Und wo? Auf dem Klo Torstruck Nummer 3, Kaiserslautern Wir sind zu dem Bus Ich bin fast da Neulich bestellen muss Assalamualaikum Assalamualaikum Ich sag dir 20 mal komisch mit dieser Kamera Hier, guck mal nimm mal André auch Bester örtlicher Veranstaltter, den es überhaupt gibt Ja vernünftiges Frühstück, vernünftiges Essen Bester Mann Applaus, Applaus Kamgan, Kaiserslautern Aus Kaiserslautern Aus Kaiserslautern? Ja Ja? Ja Lüge nicht Ich lüge nicht Du kommst woanders her Das ist ein unnötiges Frühmaterial, das kannst du direkt bei der Auffassung Bei uns gibt es nur Ingwertee mit Zitrone, wie heißt nochmal diese Honig? Fenchel-Honig Fenchel-Honig, du weißt Bio, Bio, Bruder, Bio, alles Bio Tee müssen wir Tee Tee Ingwert, Zitrone und Fenchel-Honig Schmeckt richtig scheiße Hinten, Porsche fährt so, fährt runter Auf Autobahnen, falls sie flüchten müssen Nächste Tour mit 5x5 Einbein hoch, machen wir einen auf LL Cool J Baba Super, Wallah war krass, Kaiserslautern kam gar nicht schon das dritte Mal gewesen Bis bescheiden, wo Finis Mich fehlt nicht in der Mütze Tammen in der G posse hatır value high 7.0 testimonial In meiner Welt bist du chaße Macdonald Heute bin ich Fab zick, schwing'n sechs Modals aus der Frage, wie viel Uhr wird nur Gold und nur Rowley Mädels wollen an Wazl, Universal oder Sony Die Klärbein ist das Wissen, hab ich alles aus den Gossen Bei den Freunden die Käfer sniffen oder sind besoffen Meine Freunde Crazy warten schon mit den Geschossen Ich bin Wazl, ich werd an, fick die Ladies von den Bossen Grüße die Genossen Wazl ist der Best, meine Kinder lieben ihn und schützt unsere Kinder Kamen wir auch auf ihn Easy, easy, easy Das sagt alles, oder? Mach weiter so Dankeschön Na Kussi Aus dem Fuß runter, du bläst an Ich will keiner mehr von ihm gewinnen Alle unter uns dazu bläst Toro hat den Laden gefickt hier Ey, nicht, dass ich unten irgendwie so einen Wasserkrarn aufgemacht Was geht Jungs? Ladies Wir sind im Hinterstopp Bisschen Sachen vorbereiten für die Show Wird krass Was geht auf jeden Fall, wir sind hier in Nürnberg Heute wird die Bude abgerissen Du weißt Du weißt Genau Lichtsausgang, hast du gesehen? Alles auf Band, alles auf Band Du weißt Wesen am Start Auf dem Bad Atendorf Aua Was hast du mit dreieinhalb Jahren gemacht auf dem Spielplatz? Ich hatte ein Messer, was aus Plastik war Das war ein Sprungmesser, das hat man drauf drücken und ist rausgeflogen Und alle Kinder, die auf dem Spielplatz waren, sind mir hinterher gelaufen Und haben diesen Scheiß bewundert und haben sich um mich herum gesammelt Also warst du schon damals kriminell? Also ein Plastikmesser zu besitzen, was man aus dem Spielzeugladen hat Ja Macht schon lange kein Kriminell Ja, aber das ist doch schon eine psychische Komponente Aber hallo, wir haben Zeichen geguckt, da haben die auch Messer gezogen He-Man hat ein riesiges Schwert gehabt Ja, jetzt fängt man wieder so an Ja, aber wir haben He-Man nachgemacht Ja Und nicht Jack the Ripper, Digga Okay Hi Was warst du hier? Ich bin der Tour-DJ Krass, ich bin sein Tour-Videograph Äh, seit wann? Seit wann? Seit wann? Seit heute Selbst anhand der Tour-Videograph Ich glaube, die haben schon einen Tour-Videograph Der Jan, nimm den bitte auch auf Ja, der macht so Blogs und so Nein, nein, der Jan, der macht sehr gute Arbeit und so Also das heißt, ich bin aber seit heute eingestellt Ja, ehrlich Ach, du bist mein neuer Praktikant Ja, Praktikant Okay, nein, wir sind heute in Nürnberg Und ähm, wir kommen nicht so nah Tag 4, morgen Abend, Dienstag und Mittwoch haben wir das Drei Off-Days Und sind dann wieder Mittwoch nach Untergangs Richtung Bern Weil wir damals noch dort eine Show spielen mit Special Guests Loredana und Mosik Kommt auf jeden Fall vorbei, zieht es euch rein Ja, geht durch die Denke Hallo! Hallo! Wenn du das siehst, du bist der Best-Sager Was geht, was geht, man? In Säckchen am Start, wir gehen dir an Blogs, Baby! Was geht denn? Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Nürnberg, jetzt gleich abgerissen YCCC Bella Boys Mama 4-Blocks auch am Start YCCC Feuer! Kommt mal her! Oh! Eri, Mann! Eri, Mann! Eri, Eri Er war μ, UDM Heute weiß ich, dass es Gottes-Plan ist Weil die Worte von Mama war Sinn Habe Geduld mein Junge, du musst warten Heute dicke, büntel, bunte Farben Es ging so viel Baumees schief in meinem Leben Habe alles verfloffkt Ja, ich spielte nach eigenen Regeln und hab es versuch' Heute weiß ich, dass es Gottes Plan ist Gott, mehr ich hab' lang genug gewartet Doch ich wurde belohnt für mein Saben Weh, weh Trink zu mir Trink die Rolli in Gold Trink den Dom Perignon dank den Melody Hab' mit Hits überzeugt Eure Kids sind betäubt wie auf Heroin Weil du ein Hurensohn bist Hab' ich Kugeln für dich, wenn du Wille schiebst Desjalee